Herzlich Willkommen zu der Weilerfeier der Weile mit Mots Berg am Schlüssel auf jeden Fall das nächste und für uns von dem Gründer und das war hin und zurück es ist immer wenn ich jetzt nach rein will fliege ich mir dem dahin so doch wir haben 204 auch ja gut da hätte ich den anderen gebrauchen können wir gehen einfach mit dem Sarko einfach mal so auf die Reise eines Sarkos mit der muss ich gönnen schade oder auch nen mir geben ach ne was genau jetzt dunkel werden ich mein okay ich habe den Tages bis der Nachtspeed verschmellert weil nachts in Arc ist total nötig sofern man ihn nicht mal überspringen kann ist er dies schon sofern wir rennen jetzt zack ja guck mal wer jetzt ist die Uhr der gönnt sich auf jeden Fall richtig der hat auf jeden Fall noch der Dodo braucht was starkes der Dodo braucht was starkes aber wir haben dann nicht mal Leben verloren was ich jetzt eigentlich dachte dass wir haben wir haben jetzt mal Ja du, Mann oh Mann, wird zwar sehr umständlich, wenn ich, ich muss zwei Mal hin und her fahren, das Problem ist halt, zwei Mal hin und her fahren wird mega nervig, weil ich ja nicht mal eine Safe Position für die Dinos hab, außer die Flöße. Wenn, nein, daher wäre es schon eine Umräumung, auf jeden Fall heftig. Okay, ja, renn halt nur weg von mir, das bringt mir viel. Hä? Guck mal, da ist so ein Vieh. Ah, du schaffst es. Ja, Mann. Bro. Bra. We can do it. Er würde jetzt auch gleich tot sein, hoffe ich mal. Ähm, ach, ey. Vielleicht sind dann ein paar Basics drin, die wir gebrochen könnten. Weil es sind Basics drin, aber Basics, die wir nicht gebrochen können. Tee. Heilen lassen, Tee, Tee, Tee. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Schönen wir ganz kurz mal ein bisschen so und dünn 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 oi ja da muss ich schnell alles tun so auf jeden Fall wenn ich einen Tribe hab Tribe hab ist auch alles viel geiler und so wenn später wenn dann gegen die M-Böse gekämpft wird nur mit RPGs alle möglichen und so halt ja und ich bevormudet nicht mehr dass ich mich hier level dass ich mehr Levels mache weil ja sonst nur so overpowered as fucks sind gut ich weiß man könnte mich jetzt auf Lebensskillen und auf Gewicht aber kann man machen glaub ich werd ich sogar einfach so aus Jodo aber jetzt erstmal ohne ich mein beides würde mir so oder so wenig bringen weil Stacking und gut außer das Leben das würde mir vielleicht was bringen dafür hab ich die Rüstung Ui Alter kriegt wieder irgendwas Damage an dem Ding so ist das Leben ich mein den Fleischkass hätte ich gern bei mir aber ist leider machbar machbar jo jo aber aber war 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 da mit einem ba 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 so in der Rest hat er sonst irgendwas was ich brauchen ich weiß was ich mach damit ich gern mir einfach die ressourcen ich meine den dino den habe ich auf jeden fall hochgepusht mit dem zweck was ich hatte einmal er hat jetzt auch sogar mal im erleben positiv achte kommen mit hier gibt es doch auch pflanzenfressern ja den sollte man vielleicht auch den kann ich eigentlich hier alles geben das gilt wieder auf gewicht den nehme ich jetzt dahin wo ich hin muss wenn sie machen die drange nie was gut machen sie so auch nicht aber ich gebe dir eine chance zu fliegen ich war eigentlich immer noch ja gut zurück schweben muss ich ja ich würde schon lange los wollen aber ich weiß nicht alleine ist irgendwie scheiße ich kann mich ja mit einem mal schon mal teilweise auf dem weg machen und so aber deswegen werde ich auch noch mal echt viele betten bauen natürlich folgt er mir noch so 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 D, 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 D D, D, D D, 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 D D, D Ah, bin ich wüte Tu D, D D, 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 D D, 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 D Ja, meins. Kann ich ja jemandem noch eine Dinge-Rüstung bauen hier. Rüstung, Metall. T. Wunderschwein. Oh, sorry dass ich müde bin aber... Es ist einfach müde. So. Tee, 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 tee. Was macht er da drin mit einer Schettine Rüstung? Rüstung kann er auch gerne hier rein. Hier sehe ich nicht so gerne Rüstung. Oh, upgrade, upgrade, upgrade. Ja, ich baue mir jetzt gerade meine neue Rüstung. Oh, fuck. Ich hab's auf draufgedrückt, oder? Nein. Oh, ich. So. So. Den Helm kann ich austauschen. Ihr seht schon, meine Rüstung steigt sich. Vor allen Dingen jetzt. Da sind noch so Stiefel. Dazu kommen, steigt meine Rüstung dezent. Die andere Rüstung kommt in der Rüstungsschrank. Das Ding ist halt jetzt der größte Rot des Vier. Während ich halt mein Dino den hier irgendwie unterbringen muss. Da ist noch mal so ein Dino. Da fliegen wir einfach mal nach da hinten hin. Gucken wir mal was da so ein Loot ist. Ich hoffe heute einfach mal kein Alpha zu sehen. Weil der Weg doch schon nicht weit weg ist. Ja. Ach, leck mich doch. Da ist auch das, da ist einfach das gleiche drinnen, Digga. Oh. weiß, wo es drei Höhlen gibt. Und eine weiß ich unsicher, aber da weiß ich, dass sie unter Wasser ist. Nicht so ganz genau, wo die ist. Okay. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 110 11 12 12 13 16 so immer hier das Metall darf da rein machen wir halt den drei alle zufrieden so dann kriegt man die Nachricht von einem anderen Game Madlife ich dachte jetzt ist es von einem Kollegen von mir der irgendwie auch mal kommen wollte ah der Schepper wie immer Zwinker pennt Zwinker Zwinker nur er selber weiß was bedeutet ich sag dazu nichts und zwar ist es auch Pro mit dem ich Arke spiele aber naja oh ich verbrenne na dann seine Abkühlung lol das sind so Alpha Tiere du da ist so ein Alpha oh mein Gott Alpha Besichtigung bis 13 Uhr geschlossen oh da komm die Burg 747 auf den anflug der als Pam Schiff nummer 1 Schiff nummer 2 sind Haus 4 schluss schluss ich schluss ich schluss ich schluss es ist ich von den holz teil meine so das darf jetzt mal bernern heranwachsen mordino mal so mit soja ja da gehören heimische bilden Oh, weil das denn. Ähm. Herstellung, was war ich der Viertel? 20 Zement, 10 Öl, gut, Kristall habe ich so oder so, nein, aber Zement habe ich, und Öl habe ich auch irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es 10 Öl war. Ja, ja, ja. Ja, was wollte ich jetzt tun eigentlich, genau, Öl, Momentar, 4, wow. Vor allem, warum habe ich alles Zement da rein? Das kann die Hälfte von mir aus, haben die gemeinsame Kiste, aber, gemeinsame Kiste, Digga, ich habe alles alleine gemacht. Ist so, true story. Yay. Yay. Und, ähm. Meinst du, ich kann dieses Ding rapen, den Tobias? Das Problem ist, es lohnt sich für mich nicht. Das ist das Problem. Wenn sich das loben würde, loben würde vor allem, loben würde gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal, werden wir umziehen. Ciao.